Ich sehe, dass wir heute viel zu viele Lebensmittel verlieren und das können wir uns nicht leisten. Ich arbeite schon seit gut zehn Jahren daran, dass wir weniger Ernte auf dem Feld verlieren und dass wir bei gleicher Qualität mehr aus jeder Pflanze herausholen. Wir leben heute schon von der Hand in den Mund, das heißt, das, was wir ernten in dem einen Jahr, ist auch in dem selben Jahr verbraucht. Man kann noch unglaublich viel verbessern, man kann noch unglaublich viel voranbringen im Bereich umweltfreundlicher Landwirtschaft mit einer gleichzeitigen Produktionssteigerung. Ich will Ideen voranbringen, damit jeder gesund essen kann und gleichzeitig die Umwelt geschont wird. Auch die großen Aufgaben unserer Welt können wir zusammen lösen, wenn wir sie erkennen, verstehen und gemeinsam voranbringen.